Oh, wie süß! Ein Hund! Willkommen wieder zurück hier am Wüstenbazar und... Na, ist da was geschnuppert hier am Wasser? Riecht es gut? Ah, wir sind ja auch in der Nähe der Wüste. Wir haben zuletzt hier den Wüstenbazar entdeckt, der sich direkt hier befindet. Hier Wüstenbazar und hier weiter hinten, die Straße entlang, ist Gerudo-Stadt. Da dürfen wir aber nicht rein, weil die mögen da keine Männer, ja? Sind ein bisschen sexistisch irgendwie, die Gerudos. Zuletzt war ich noch hier beim Nordgerudo-Fels im Darko-Tabaschrein drin. Und ich habe auch zwei neue Erinnerungen wieder gefunden. Also Link hat sich wieder an was erinnert, und zwar eh einmal hier am Wüstenbazar selber. Und dann noch irgendwo hier... Ach, was ist es? Ich habe es im letzten Part ja eh gesehen. Auf jeden Fall habe ich mir schon was gegen die Hitzereien gepfärft. Ich habe schon ein bisschen Hitzeschutz. Das würde ich nur noch gerne wissen. Was haben wir hier? Was ist mit dir? Ach. Äh, Savak. Äh, wer bist du? Ähm... Sag mal, bist du etwa ein Woi? Ja, oder? Äh, ja schon. Hm, ah, wenn ziemlich mickriger. Oh, Entschuldige, ich bin Paula. Ich komme aus Gerudo-Stadt. Dieser dumme Brauch. Ich hab's langsam satt. Brauch? Äh, ja, ja. Ein Hylianer wie du hat damit eigentlich nichts am Hut, aber... Wenn jemand im Gerudo-Stamm ein Alter erreicht, fangen alle um sie herum an, sie zu nerven. Weswegen? Äh, das weißt du nicht? Wenn eine Gerudo ins geeignete Alter kommt, verlässt sie die Stadt und sucht in der weiten Welt ihr Glück. Unser Stamm besteht nur aus Frauen. Deshalb ist es auch das einzige Gelegenheit für uns, einen Mann zu finden. Denn das Problem ist, dass ich nirgendwo Arbeit finde. Ich bin zwar eine geschickte Erschneiderin, aber diese Kunst scheint im Moment nicht sehr gefragt zu sein. Und solange ich hier nicht wegkomme, lerne ich natürlich auch keine Woi kennen. Ähm, gibt es denn nirgendwo einen Ort, wo ich gebraucht werde? Äh, naja, ich würde mich ja gerne anbieten, aber ich habe auch ein bisschen was zu tun, Powder. Also vielleicht finde ich ja noch einen Mann für dich. Eventuell, ich weiß ja nicht, genau. Oh, Hallöchen. Hallo. Ihr seht ja überall Frauen hier, da wird man doch wahnsinnig. Oh. Tut mir leid. Was sagst du? So, ich möchte kaufen. Wir haben nur das, was du da siehst. Wenn du eine größere Menge Pfeile brauchst, musst du dich in Geruderstadt umsehen. Alles Woi, werden sie dich aber aber nicht in die Stadt lassen. Brauchst du noch etwas? Äh, nö. Wir hoffen, dich bald wieder begrüßen zu dürfen. Achso, hier. Ach geil, wir können die ganzen Pfeile hier kaufen. Hier, so. Ein, toll. Ein Holzpfeil, ein Feuerpfeil, ein Eispfeil, ein Bombenpfeil und ein einzelner Elektropfeil. Das ist aber nicht sehr viel. Etwas mickriges Sortiment, bisschen wenig. Oh, Alter. Die sind alle so riesig. Warum ist Lick eigentlich so ein Knirps in dem Spiel? Er ist so zusammengestaucht. Mensch, ich weiß ja nicht, wie groß die sind, aber er wirkt mir wie, keine Ahnung, 70 oder noch kleiner. Savag, der Titan scheint jeden Tag näher zu kommen. Wann werden wir endlich wieder nach Geruderstadt zurück können? Ähm, Titan? Na, dieses riesige Ungetüm, das durch die Wüste stampft. Seinetwegen gibt es diese Sandstimme und wer sich so nah heranwagt, wird in Asche verbandelt. Ich traue mich jedenfalls nicht zurück nach Geruderstadt. Geruderstadt? Eine Stadt südwestlich von hier, in der wir Gerudo leben und die größte Siedlung hier in dieser Gegend. Es gibt da deinen Marktplatz und dein Gasthaus und eigentlich ist rund um die Uhr immer was los. Aber du hast leider Pech. Denn woher ist der Zutritt verboten? Ja, ich hab's langsam mitbekommen und... Oh Gott, wer ist das denn jetzt wieder? So ein Ärger, dieser Titan aufgetaucht ist. Kommen hier, kommen noch Kunden vorbei. Der Stampf mag zwar etwas stören, aber willst du nicht vielleicht trotzdem hier übernachten? Das normale Bett... Achso, was ist Luxus? Nee, komm, das brauchen wir nicht jetzt. Savag. Gut. Nee, es ist einfach nur hier zum Ausrund, brauche ich ja nicht. Herzen sind eh voll. Nee, ich glaube, da machen wir uns auf den Weg durch die Wüste. Und für sie... Ich meine, sie ist ja... Man sieht sie euch an. Das ist das... Uh, lala. Du bist doch... Das ist doch nur eine richtige... Das ist doch nur eine Hübsche, oder? Ich meine, wie gesagt, man muss auf braun gebrannte Frauen mit grünen Lippenstiften, roten Haaren, muss man schon stehen. Aber ich meine, das ist... Ja... Würde Link wahrscheinlich auch irgendwie, aber ich meine... Er ist ja schon... Ich meine, er ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich, aber... Ich weiß auch nicht, ich glaube, der ist irgendwie... Ich weiß nicht. Bezüglich, ihr wisst schon Zelda und so. Ich glaube... Der checkt es einfach nicht. Und... Oh, wer kommt denn da angelatscht? Vorsicht, Sonnenbrand! Was tue ich jetzt bloß? Ein Voy hat mich angesprochen. Beruhig dich, Kira. Am besten begrüße ich ihn ganz einfach freundlich. Savak! Verfreut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Kira. Ich bin vom Stamm der Gerudo. Sobald die Y unseres Stammes ein bisschen Zelda erreichen, ziehen sie in die weite Welt hinaus. Und zwar auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Mit welches Glück findet man dazu noch den Boy seiner Träume. Seit dem Augenblick, an dem ich dich erblickt habe, weiß ich es. Willst du den Rest deines Lebens mit mir verbringen? Ja, es ist Schicksal. Was? Es ist Schicksal. Wie reagiert ihr jetzt eigentlich darauf? Deine Antwort kann ich nicht trauen. Meine Wabe sagte immer, ich soll mich vor Voy in Acht nehmen, die zu leichtfertig von Schicksal sprechen. Vergiss am besten, was ich eben gesagt habe. Leb wohl, Savak! Ja, als ob das auch jetzt wirklich funktioniert hätte. So ein Blödsinn. Ich will mich da einfach mal zum Mann nehmen. So, jetzt ist es jetzt ein Problemchen. Jetzt kommen wir durch den Wüsten, sondern nicht sehr schnell voran. Ich will wenigstens den Schrein da vorne erreichen. Dann kann ich mich immer zur Stadt schon mal hinporten, auch wenn ich ja nicht reingelassen werde. Das ist auch geil, wie hier die Luft am Flimmern ist. Da ist der Turm von dem Gerudo-Tal und so. Wir haben ja schon, als wir hier einmal angekommen sind, da hinten... Ja, da ist sowieso Warnabores. Wie wir uns dem Bazar genähert haben, kam eine kurze Katze. Und da haben wir Warnabores dann halt mehr oder weniger zu Gesicht bekommen aus der Nähe. Was ist denn hier wieder los? Oh! Oh, da kommt... Wer kam denn jetzt hier aus dem... Was zur Hölle? Drecksvieh! Was bist du denn für der Missechse? So, bist du ein Elektro... Elektro-Extra-Foes hier, ne? War das nicht so, wenn man die auf dem Horn trifft, dass die dann... Was ist das nicht so, wenn man die Aufmerksamkeit hat, wenn man die Aufmerksamkeit hat? Wie ein Lager von denen? Ja, ja, schreien die denn hier. Ich weiß, das ist der da vorne. Noch drei Minuten Hitzeschutz, nicht mehr ganz. Da komme ich doch noch hin. Wenn jetzt nichts passiert. Wenn ich plötzlich einen Sturm aufziehe, wie von da drüben hier die ganzen Sturmwolken. Stopp. Aufgebübeln und so weiter. Wie sollen wir denn bitte jemals in diese Stadt reinkommen? Ich meine, die lassen ja keine Männer rein. Ich kann mir jetzt auch keine Brüste wachsen lassen und mich anschminken hier. Aber vielleicht gibt es durchaus noch eine Möglichkeit. So, das nervt schon wieder, dieses blöde Gepieps. Ich weiß da vorne nicht zu schreien. Ich will doch nur mich mal hinporten können. Ich bin einmal auf die Reaktion gespannt, wenn ich eigentlich so sage, ja, Hallöchen, ich würde ganz gerne in die Stadt rein. Dann würde ich sagen, nee, 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 du nicht. Du hast einen Penis und du darfst nicht rein. Irgendwie so. Keine Ahnung. Ich will jetzt erstmal wissen, wie dieser Schrein hier überhaupt heißt. Und da steht ein Typ. Ach, den lassen den na klar, den lassen die auch nicht rein. So, der, der Gugu Cheese Schrein. Den können wir ja gleich mal machen. Wie, der Gugu ist. Wie? 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 Willkommen, Pilger. Mein Name ist Gukutschise. Im Namen der Göttin Hülle sollst du geprüft werden. Fünfmal Eisen. Fünfmal Eisen? Achso. Wegen Eisenblöcke und so weiter. Und hier ist wieder ein Elektrizitätsrätsel. Das ist jetzt schon das dritte dieser Art. Also, eine andere Art von Elektro-Rätsel meine ich, aber von dem selben Typus. Gut, Metallfass, Metallblock. Leitet alles schön Strom. Da ist auch ein Metallfass drin. Wir müssen doch eigentlich erstmal... Genau, wir müssen hier eine Verbindung schaffen. Logischerweise. Irgendwie, dass das hier übertragen wird. Aber nicht gerade so, dass ich mir selber wehtue. Boah, ganz schön schwer, hm? Jetzt muss ich nur gucken, das muss ich hier... Gibt es hier noch mehr? Von diesem ganzen Kram? Hier ist nämlich schon ein Ende. Nö, irgendwie... Hä? Auch komisch. Gibt nur einen einzigen Metallblock und einen so einen Fass. Wird der jetzt noch eingesperrt? Achso, vielleicht muss man sich das überhaupt erstmal alles rausholen. Ja, Moment, Moment. Dann ist das da drüben schon mal falsch. Weil das geht ja nicht. Ja, Moment. Das war's für heute. Um, hm, hm, hm. Das ist ein bisschen kompliziert, Leute. Ein bisschen tricky, der Schrein. Da muss man viel nachdenken. Toll, das bringt genau gar nichts. Wahrscheinlich muss das da oben da links auch noch ran sein, dass das Haupttor hier aufgeht. Ich meine, hier drin ist eine Truhe. Da haben wir noch ein Metallfass. Aber wie kriege ich den Strom bis hierher? Das geht ja auch nicht wirklich. Das geht auch nicht wirklich. Da drüben. Ich meine, wenn hier was wäre und eventuell hier, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Boah, na, der Schrein ist aber mal, ho, ho. Da muss man wirklich ein bisschen... Das ist nicht so ganz meine Liga irgendwie. Ich fühle mich dafür schon wieder zu blöd. Aber komm schon, wir müssen doch irgendwie... Das muss doch irgendwie, muss das ja gehen. Im Moment können wir nur ein Fass benutzen und einen Block. Mehr geht offenbar im Moment gar nicht. Gut, das geht jetzt zumindest bis dort. Und dann, wenn hier der Block drin ist, müsste das eigentlich bis da drüben hingehen. Das müsste doch eigentlich klappen. Komm schon, komm mit. Du dicker, riesen Klotz. Komm mal mit. Komm mal mit. Stell dich mal nicht so an. Stell dich am besten einfach mal hier hin. Na, geht doch. So, jetzt ist nämlich hier das zweite Metallfass. Und das kann ich... Achso, nee, warte mal. Das müsste von da drüben... Achso. Das muss eigentlich hier dazwischen. Beziehungsweise... Na, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn das hier ist... Warte mal, das kann ich jetzt... Ja, ne, vorsichtig. Da kann ich ja nicht anfassen. Oh, yes. Jetzt haben wir hier erstmal die Truhe. Das wird, Leute. Das wird. Ich muss ja noch ein bisschen nachdenken. Ah, Elektroschwert. Geil. Kein Platz in der Tasche. Nicht so geil. Wie zum... Hm... Hm, hm, hm... Ähm... Waldschwert ist eh doof. Den Feuchster brauche ich noch für eine Krog-Quest. Elektroschwert ist aber geil. Und sieht auch noch geil aus. Mit dieser Doppelklinge. Aber im Moment will ich es noch nicht haben. So, und jetzt muss ich das Ganze quasi auf die andere Seite rüber verlagern. Okay, das war auch die einzige Truhe hier drin. Das ist schon mal gut zu wissen. Warte mal, wie? Hier. Ach so. Ach so, ach so, ach so. Nein, hier ist ja noch der zweite. Ja, klar. Wir müssen erstmal den zweiten Block noch rausholen. Natürlich. Alles schön der Reihe nach. Das bedeutet, erst einmal muss der Block logischerweise hier in diesen Zwischenraum. Damit da oben der Strom so übertragen wird. Es springt ja dann da von da über und das geht dann da so hin. Und die anderen zwei Fässer, da stelle ich das eine da hin und das andere quasi hier so hin. Dann geht das irgendwie. Sollte man meinen. Die Truhe natürlich. Ja, die Truhe nicht vergessen. Die Truhe ist auch metallisch. Die kann ich auch bewegen. Ja. Dann darf hier nichts außer Acht lassen. Die Truhe ist ja auch metallisch. Metallisch. Wahrscheinlich auch bewusst aus Metall. Damit die ebenfalls hier den Strom leitet. Genau. Und jetzt noch das andere Metallfass nehmen. Ja, es wird, Leute. Es ist ja gar nicht so schwer. Es sieht anfangs nur mal ein bisschen schwer aus für mich, aber es klappt ja. So, und jetzt Achtung. Na, schon richtig hinstellen, bitte. Obergeil. Das Ganze ist natürlich jetzt so, dass dieser Block hier steht. Und der andere kommt jetzt mit mir mit. Und kommt auf die andere Seite. Und zwar hier hin. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Dann war das gar nicht so schlimm. Das ist aber eine geile Mechanik, muss ich schon sagen. Also die Elektroritzel fand ich bis jetzt echt am kreativsten von allen. Gefallen mir alle sehr gut. Blutmond. Oh. Leute. Blutmond. Verdammt. Blutmond, Blutmond, Blutmond. Ihr habt ja mal gesagt, ich soll bei einem Blutmond kochen. Aber ich kann mich jetzt hier zu dem Ding nicht hinporten. Und hier ist irgendwie, naja, das ist auch blöd. Ah, Blutmond kommt eh immer mal wieder. Also, wenn ein Blutmond am Himmel ist und man dann kocht, dann hat man irgendwie so ein paar Bonus-Zusatz-Effekte. Oder einfach verstärkte Effekte beim Kochen. Was ich im Moment aber nicht wirklich machen kann. So, Typ, was machst du denn hier? Was ist los? Ah, jemand Neues. Kann ich aber das für dich tun? Bist du am Glotzen? Was? Niemals. Ich bin Kaufmann. Ich bin sogar Jan-Führer. Wir sind so weit gereist. Aber im Moment, da dürfen die Stadt nicht betreten. Und deswegen bist du am Glotzen. Ich stelle nur Nachforschungen an. Nachforschungen. Ach, ist mir egal, was du denkst. Ich weiß ehrlich, wie man nach Gerudestadt hineinkommt. Das ist die Hauptsache. Und zwar... Lass mir da mal meine helderfte Geschichte erzählen. Ich bin jetzt schon fast eine Woche hier. Ich kann gar nicht sehen, wie oft mich die Wachen schon rausgeworfen haben. Ich wollte schon aufgeben. Aber dann... Dann habe ich von einem Mann gehört, der sich in die Stadt geschlichen hat. Dieser Mann soll zwischen dem Wüstenbazar und Gerudestadt hin- und herreisen. Auf den warte ich. Männer verboten. Neuer Zielpunkt. Ach, Hauptziele. Das gehört jetzt schon zur Hauptquest dazu. Na klar, wenn man irgendwie reinkommt. Es hat also doch jemand geschafft, sich da reinzuschleichen. Bist du am Glotzen, fragt er auch noch. Ganz unverschämt, unser Link. So. Ja, ja. Jetzt fliegt hier wieder das rote Zeug durch die Luft. Hier wüstenbazar und... Ah, seht ihr? Seht ihr? Es ist kalt. Nachts in der Wüste kalt. Kein Problem. So. Nicht mit mir. Passende Hose noch dazu. Ja, jetzt kommt hier wieder diese megadramatische Musik. Wegen dem bevorstehenden Blutmond. Alter, der Himmel sieht immer so heftig krass übel aus. Es wird gleich die Welt untergehen. So. Sonst war ja nichts gerade, oder? Blutmond ist wieder vorbei. Warum sind die eigentlich Ruinen? Auf der Karte sind die... Naja. Die haben noch keinen Namen, die Ruinen. Vielleicht, wenn ich näher rangehe. Eventuell werden wir die dann eingezeichnet. Also mit Namen quasi. Aber ich finde das so geil wie Nintendo. Das ist wirklich mal richtig super bedacht. dass es nachts in so einer Wüste richtig kalt werden kann. Weil der Sand halt die Hitze nicht mehr länger speichert. Und nichts mehr reflektiert ohne Sonne. Dann ist es in so einer Wüste tatsächlich auch ziemlich kalt. Was sind das jetzt hier bitte für Ruinen? Oh. Nach dir habe ich nicht gefragt. Du Knochenfratze. Du Blöde. Was machst du da? Oh. Starker Exhalbogen. Mit Metall verstärkt. Kann man... Kann man machen. Muss man aber nicht. Wie dämlich das immer aussieht, wenn die sich wieder versuchen zusammenzubohren. Das ist ein bisschen dämlich und kopflos. Kann das sein. Warum sind hier... Aha. Glutkraut. Warum sind hier Ruinen? Ein Haufen Säulen? Aber irgendwie wird mir das hier nicht angezeigt, was das für ein Ort ist. Ich kriege keinen Namen rein. Warum? Wieso? Weshalb? Was ist das hier? Ich will es doch nur wissen. Ich will nur wissen, was das hier ist. Das kann eigentlich einfach nur voller Gegner sein und sonst gar nichts. Das sieht mir so... doch etwas wichtiger aus, als wenn es einfach nur hier... Ja, einfach nur hier so ist. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Es wird kein Ortsname eingetragen in die Karte, auch wenn ich hier durch die Gegend laufe. Bringt das überhaupt nichts? Ich wollte das eigentlich im Moment noch gar nicht. Warte mal. System? Nee, warte mal. Tagebuch. So, Männerverbot nehmen wir mal wieder aus. Ich will das noch gar nicht. Ich will eigentlich mit den Erinnerungshortos weitermachen. Du musst noch sieben Orte besuchen. Hallöchen? Was ist eigentlich das nächste Foto gewesen? Ach ja, hier. Das, Leute, ist tatsächlich auf dem Todesberg irgendwo bei den Gronen. Das habe ich mir eh auch markiert. Ich habe mir jetzt zuletzt alle Ziele markiert. Das ist überall da, wo ich mir so ein Schwerzsymbol hingemacht habe. Das ist so eine Erinnerung. Und das bei den Gronen, das ist hier. In der Nähe vom Gronenbisee. Beziehungsweise hier ist der Gronenbifluss. Und hier auf diesem Hang scheinbar, das sieht man auch so schön einen kleinen Steinkreis. Da ist das. Jetzt frage ich mich, wie komme ich da hin? Eventuell kann ich vom Eldenturm aus hinfliegen. Das wäre nicht schlecht. Ich probiere das einfach mal. Jetzt muss ich natürlich noch aufpassen. Wenn ich zu mal an den Vulkan ranfliege, dann werde ich gegrillt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es da einfach mal ultra heiß ist. Also noch heißer ist in der Wüste. Ich meine, kann man ja gar nicht vergleichen. Vulkanhitze und Wüstenhitze sind ja zwei verschiedene Artenhitze. Das heißt, hier habe ich Epona. Das steht da immer noch rum. Das ist also in der Richtung. Ne, warte mal, wo genau? Ich kann das so blöd sehen. Warte, ich muss mir das mal mit einem Leuchtsignal markieren. Ungefähr hier so hin. So. Wie gesagt, wenn ich da zu nah hinfliege, wird es mir zu heiß. Aber vielleicht, wenn ich außen rumfliege, habe ich vielleicht eventuell noch Glück. Das könnte sich ausgehen, wenn ich nicht direkt in der Nähe der Lava bin, ist es vielleicht noch nicht zu heiß. Weil das nämlich hier vorne irgendwo ist. Und irgendwo hier auf dem Todesberg außen klettert ja Varudania herum, der Titan des Feuers von den Gronen. So, nur nicht zu nah an die Lava ran, Link. Nur nicht zu nah an die Lava ran, auch wenn da jetzt ein Schrein ist. Obwohl, ich riskiere das jetzt mal. Ich habe sowieso was dabei, auch gegen Vulkanhitze, keine Sorge. Ja, genau. Jetzt stand es hier auch gerade. Alter, wie Link schon die Augen zusammenkneift. Aber ich habe hier was dabei. Wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn? Ich habe mir das schon vor langer Zeit mal zubereitet. Wo ist es? Hier. Brandschutzmedizin. Der Brandschutzeffekt bewirkt, dass du selbst in der vorherigen Umgebung nicht in Flammen aufgehst. Auf dem Todesberg gibt es keinen größeren Segen. Habe ich dreimal. Einmal für 7 Minuten 10. Für 15 Minuten 10. Und für 7 Minuten 10 nochmal, der auch 3 Herzen hat. Vielleicht nehme ich einfach mal das da. Prösterchen. Schön. Also für 7 Minuten 10 Sekunden habe ich jetzt Brandschutz. Hier herrscht Brandgefahr. Wenn du vorbei bist, erleidest du Schaden. Und vor allem, man sollte niemals. Niemals. Erstens kann man keine Holzwaffen benutzen, weil die sowieso in Feuer gleich aufgehen und verbrennen. Man sollte hier niemals Bombenfälle benutzen, weil die explodieren nämlich sofort, habe ich mir sagen lassen. Also das wäre ganz schön bescheuert. Wie komme ich jetzt? Oh je, wie komme ich denn da überhaupt hin? Ich kann nur gucken, dass ich von oben rüber fliege. Zu dem Schrein. Ich will den einfach schon mal aktivieren. Kann ich mich da auch hin porten? Aber jetzt müsste ich dann gleich mal wieder den Part beenden. Sollte ich vielleicht doch lieber, wenn ich überall so erkunden will, immer schön im Kletteroutfit rumlaufen. Ich will den Kletterouten. Der Kyu-Ramuhi-Schrein. Witziger Name mal wieder. Können wir noch aktivieren, aber Leute, ich muss den Part jetzt beenden. Sonst wird's zu lang. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.